32 der insgesamt 92 Teilnehmer hier beim 23. Sangenau Sport Migrant Slam im Laville müssen in die Qualifikation. Einer von ihnen, Clemens Nani, steht jetzt neben mir. Clemens, gestern erste Runde gewonnen, heute spielst du deine zweite Quali-Runde. Wie geht's dir? Bist du gut drauf? Ja, es ist schon ein Vorteil, dass ich 4-2 vorne war. Vergessen war der blöde Regenabbruch. Es gibt einem schon Motivation, einfach weiterzumachen mit dem Break, den Satz durchzubringen und hoffen, dass es einfach gut geht. Du bist einer, der noch nicht lange dabei ist auf der Hobbit Tennis Tour. Es ist dein siebtes Turnier, dein erstes Grand Slam-Turnier. Wie gefällt dir die Atmosphäre hier beim Grand Slam? Es ist schön, viele neue Leute kennenzulernen. Einfach eine nette Atmosphäre. Du hast bis jetzt auch immer nur Turniere gespielt, die maximal 150er waren. Das ist dein erstes Grand Slam. Erstmals winken dir am Spiele gegen die Top-Leute der Hobbit Tennis Tour. Wie geht's dir damit? Man muss sich immer mit den Besten messen, denke ich mal. Ich muss jetzt die Quali und kriege gleich dann eins gesetzt und das ist auch ein Problem. Da sehe ich gleich, wie weit ich komme. Wie weit ich Punkte machen kann, inwiefern ich ihn bedrohen kann, inwiefern ich ihn Ballwechsel abnehmen kann. Ich hoffe, es geht gut. Also du denkst schon an die erste Hauptrunde, wenn ich das richtig raushöre? Ja, ich hoffe wirklich, dass das Match gut geht noch. Du hast jetzt noch dieses Match und dann hättest du noch das Quali-Finale und dann willst du spielen gegen den Roman Damian. Hast du den schon einmal gesehen? Gesehen habe ich noch nicht, aber wenn er einer gesetzt ist, soll er wirklich gut sein. Also sind ja keine schlechten Leute hier. Du bist jetzt auch erst 13, hast also sicher noch Potenzial, dich zu verbessern. Wohin möchtest du einmal? Bis jetzt habe ich noch keine genauen Ziel. Ich versuche einfach so gut wie möglich zu sein. Mein Bestes die ganze Zeit zu geben und die Nerven zu walten. Aber irgendwann einmal vielleicht schon ganz nach oben auf der Hobbit Tennis Tour? Ja, schon. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche dir alles Gute in der zweiten Quali-Runde. Danke.